Das letzte ist das Tintenfass. Das soll einen Füller imitieren. Ich stelle das mal auf blau und je nachdem wie langsam man über die Fläche gleitet und wie schnell man über die Fläche gleitet, in dieser Abhängigkeit entsteht dann praktisch eine dicke und eine dünne Linie. Also schnell und langsam werden die Linien dann entsprechend dick. Man kann auch eine andere Form einstellen, dann hat man mehr so einen Kalligrafie-Effekt, aber viel ist da kein Unterschied. Also das ist die rechteckige Auswahl und die runde Auswahl. Also viel Unterschied sieht man hier nicht. Kalligrafie-Effektiker